Ja, kennst du das auch in deiner Selbstständigkeit, dass du dich einfach nicht erfüllt fühlst, weil du nicht genügend Kunden hast, weil du vielleicht Kaltakquise machen musst und weil du einfach nicht diese Planungssicherheit hast, wo die nächsten Kunden herkommen, ja, wo die richtigen Kunden herkommen und dies alles, obwohl du ein absoluter Könner bist, eine absolute Könnerin bist, die das Leben von so vielen Menschen bereichern könnte? Ja, dann kann ich dir sagen, dann bist du nicht allein. Denn in Deutschland gibt es drei Millionen Selbstständige und 96 Prozent davon leben so, wie ich es gerade beschrieben habe. Und nur vier Prozent, also nur vier Prozent, also gut 100.000 haben die Möglichkeit, erfüllt und wohlhabend zu sein. Und jetzt kommt die gute Nachricht, in 25 Jahren Business Coaching ist es mir gelungen, drei Faktoren ausfindig zu machen, die den Unterschied machen, ob du jetzt zu den 96 Prozent gehörst oder zu den vier Prozent der Selbstständigen, die eben das Privileg haben, erfüllt und wohlhabend zu sein. Ja, mein Name ist Christian Mugrauer und ich bin Premium Business Experte. Ich bin bekannt geworden als 100 Millionen Euro Coach. Warum? Weil ich Selbstständigen können wie dir helfe, durch eine Premium Positionierung und auch durch Premium Online Marketing, eben erfüllt und wohlhabend zu werden. Das ist meine Mission. Konkret habe ich mir zum Ziel gesetzt, 10.000 Selbstständigen wie dir bis 2021 wirklich dazu zu verhelfen, erfüllt und wohlhabend zu sein. Ja, jahrelang ging es mir wie dir. Erst war ich elf Jahre im angestellten Hamsterrad und als ich mich selbstständig machte, weil ich unbedingt selbstständig sein wollte, da realisierte ich mit Schrecken, dass ich im selbstständigen Hamsterrad gefangen war. Selbst und ständig, du kennst das. Ja, und mit der Zeit fielen mir drei Fehler auf, die dafür verantwortlich sind, dass 95 Prozent der Selbstständigen ihr volles Potenzial nie ausschöpfen können. Ja, letztlich hat es mich 25 Jahre gekostet, bis ich diese drei Geheimnisse herausgefunden habe. Als ich sie dann angewendet habe, hat sich mein ganzes Leben verändert. Endlich konnte ich so frei und unabhängig leben und auch erfüllt und wohlhaben, wie ich es immer haben wollte in meiner Selbstständigkeit. Ja, und bereits in den ersten vier Monaten, als ich es begonnen habe anzuwenden, habe ich allein 200.000 Euro in vier Monaten verdient und das von zu Hause aus. Du siehst, wo ich wohne und wie ich wohne. Und das war für mich ein mega Unterschied. Also ich war total glücklich. Ja, und diese drei Geheimnisse, die teile ich völlig kostenfrei mit dir. Das einzige, was du tun musst, du musst dich anmelden zu meinem kostenfreien Online-Workshop. Viele fragen mich, warum ich das mache. Ganz einfach, weil es meine Mission ist, selbstständigen Könnern wie dir zu helfen, zu einem erfüllten und wohlhabenden Leben in Selbstständigkeit zu kommen. Deswegen biete ich das an. Also melde dich jetzt noch völlig kostenfrei zu diesem Online-Workshop an. Ich freue mich, dich gleich begrüßen zu dürfen. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.